Klappe die Erste! Guten Morgen! Wir sind am Weg zu der Segafredo Restaurantbesichtigung und Kaffeeschulung, damit man auch ganz einen guten Kaffee machen kann. Wir, das sind die Johanna, die Nicole, die Annika, die Sarah, die Melissa und die Sibylle. Hallo! ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was habt ihr jetzt gelernt? Wie man halt einen gescheiten Kaffee macht. Wir haben gelernt, wie man Milch richtig aufschäumt, dass gut aufgeschäumte Milch süßlich schmecken sollte und dass man mit einem richtigen Milchschirm Herzlaut machen kann. Jetzt haben wir die Profis unter Kaffee machen, also müssen alle ins Glanz und Glorie und Glanzmunkte kämpfen und Kaffee probieren. Bis zum nächsten Mal.